Bei der heutigen Challenge hatte ich absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Mein Team hat etwas vorbereitet, das ich mir zum ersten Mal angucken sollte. Und was dabei rausgekommen ist, seht ihr in dem heutigen Video. Sollte euch das Ganze auch gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und die wunderschönen Zick-Zack-V3-Cosmetics gibt es immer noch 10% reduziert mit dem Co-Pastige AG. Viel Spaß mit dem Video. Also, ich befinde mich auf einem Server. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Es kann alles sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wirklich. Das haben sie die ganze Zeit vor mir geheim gehalten. Wenn ich den Timer starte, dann weiß ich nicht, ob ich verstehe, was dann passiert. Ach, Mann. Vielleicht macht es mir ja Spaß. Vielleicht schätzen sie mich ja komplett falsch ein. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Ich will mich irgendwie nicht bewegen. Es kann basically ja nur getriggert werden, wenn ich jetzt laufe, oder? Hopp, hopp, hopp. Okay, Minecraft einfach durchspielen. Speedrun. Einfach schnell, einfach normal durchspielen. Vielleicht ist es das. Vielleicht haben sie gesagt, oh Gott, Basti, du hast so lange schon kein normales Minecraft mehr gespielt. Also, einfach ganz normal, ohne irgendeine Challenge. Deswegen mach es doch einfach mal. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich gerade kein Bambus abgebaut habe. Warte mal, ich hatte davor drei Sticks und ich habe jetzt sechs Bambus bekommen. Das heißt, ich habe was bekommen. Warum bekomme ich Bambus? Warte mal, was passiert, wenn ich Schaden bekomme? Ähm, nichts. Okay, warte mal. Ich vercrafte es nochmal. Zu Sticks. Drei Sticks. Willst du mir gerade erzählen? Ich habe eine leise Vermutung. Ich habe mir jetzt gerade aus einem Lock vier Planks gemacht. Oh mein Gott, es wäre ein Craft. Oh mein Gott, nein. Nein. Das bedeutet, warte mal ganz kurz, ich muss ganz viel in meinem Kopf gerade nachdenken. Sozusagen alle Sachen, die ich halt mir ercrafte, werden wieder zurückgecraftet. Oh mein, warte mal. Das bedeutet, wenn ich jetzt mir schnell eine Spitz hacke. Aber wenn ich jetzt ihn platziert habe, der bleibt ja jetzt da. Also der kann ja jetzt ja logischerweise nicht abgebaut werden. Und ich kriege halt Bambus, weil Sticks kriegst du halt auch aus Bambus. Es gibt halt bei manchen Items mehrere Crafting-Rezepte. Du kannst rein theoretisch Sticks halt über Bambus bekommen, wie aber auch über Sticks. Also so oder eben so. Ich verstehe. Aber kann ich nicht rein theoretisch? Also es ergibt ja gar keinen Sinn, jetzt zu sagen, okay, guck mal, ich mache jetzt schnell ein Schwert. Wobei, es ergibt schon Sinn. Um jetzt Chicken zu killen. In der kurzen Zeit kriege ich es jetzt vielleicht kurz hin. Die noch zu killen, genau. Und dann ist es jetzt wieder, also um drei Chickens zu killen, muss ich mir einfach zweimal ein Schwert machen. Wow. Das ist was Besonderes. Ich glaube, da lohnt sich das ja noch nicht mal ein Schwert zu machen. Teilweise. Wenn wir es aber jetzt einmal schaffen, uns zum Beispiel einen Ofen zu machen. Ein Ofen bleibt ja stehen und dann haben wir ja... Ja, Moment, Moment, Moment. Warte mal, wir machen es mal ganz kurz. So, machen uns eine Spitzhacke. Was? Hilfe, ich werde ver... Ähm. Aua, mein Kopf, er tut weh. Äh. Jeder einzelne Cobblestone ist ein Gewinn. Wir brauchen einen Ofen, damit wir an Essen rankommen. Drei Cobblestone. Vier Cobblestone. Fünf Cobblestone. Sechs. Sie... Sieben. Acht. Zack. Und jetzt können wir schnell das hier braten. Nee, oder? Hat sich gerade mein Fleisch wieder zurückverwandelt in Raw Chicken? Oh, mein. Okay. Also, ich verstehe, in was für eine Richtung das hier gehen soll. Alles klar. Ich verstehe. Alles klar. Okay. Wir können auf diese Art und Weise gerne spielen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich kann mir gerne was einfallen lassen. Ich mag das. Das ist eine Challenge. Bei der man erstmal wieder ein bisschen nachdenken muss. Alright. Also, muss man denn zwangsweise in Minecraft Tools haben? Also, muss ich eine Spitzhacke haben? Brauche ich eine Schaufel? Brauche ich eine Achse oder so? Ich kann halt Bäume auch mit der Hand abbauen. Das dauert ein bisschen länger, aber es geht. Das Einzige, was ich halt brauche, ist Enderaugen. Ja, 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 ja. Ich glaube, das sollte eigentlich vielleicht gehen. Ja. Ofen mitnehmen. Wie ist es jetzt? Verwendet sich der Ofen jetzt in acht Cobblestones? Muss ja, ne? Ich werde jetzt gleich acht Cobblestones im Inventar haben. Ja, habe ich bekommen. Ey, das ist eine nice Challenge. Wir müssen uns erstmal so ein paar Sachen einfallen lassen. Kettenrüstung. Oh. Ja, sowas ist interessant. Stell dir mal vor, wenn wir jetzt bei einem Villager uns Kettenrüstung ertraden. Was haben wir dann bekommen? Feuer? Ich denke nicht. Das ist ja auch... Also, das wird es nicht sein. Ja, oder ich nehme halt sowas wie ein Trident. Denn ein Trident ist ja zum Beispiel nicht craftbar. Ich hätte den großen Vorteil mit einem Trident, dass er sich nicht zurückcraftet. Und ich hätte trotzdem halt eine Waffe. Das wäre eine Option. Das könnte man rein theoretisch machen. Oh mein Gott. Nimm Braustände. True. Ich glaube, wir... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wenn wir ganz viele Dörfer looten mit Kirchen. Und wenn ich einen Brinkstern abbaue, den craftest du eben aus drei Cobblestone und einer Blaze Rod. Dann haben wir auch einen großen Vorteil. Ja, 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 ja. Ich verstehe. Goldene Äpfel. Warte mal. Kriege ich jetzt Gold und Äpfel? Oha. Wie gut. Das ist ja auch... Das ist mir lieber, als, sag ich mal, den Gap jetzt so zu haben. Sag ich dir ehrlich. Weil ich kann jetzt sogar direkt den Apfel essen. Guck mal, das ist gar keine Chance. Für mich ist es einfach leichter. Ist es einfach leichter. Oh. Das Gold wird gerade zu Nuggets. Oh. Ich würde erst mal ein Dorf finden. WTF? Also, das habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Dann gehen wir da erst mal pennen und dann haben wir erst mal unsere Ruhe. Mein Inventar sieht schrecklich aus. Hallo Golem. Möchtest du mir helfen? Golem, Golem, Golem. Ich brauche deine Hilfe. Bitte, 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 bitte rette mich. Bitte rette mich. Bitte rette mich. Ja, danke. Oh mein Gott. Ha, 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 ha. Legt euch lieber nicht mit mir an. Ich bin stärker. Gut. Nehmen wir uns aber erst mal die Weizenblöcke mit. Weil die verkraften wir so oder so zu Weizen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Und wenn ich das Teil abbaue, dann kriege ich ja auch ein Eisen. Guck. Ich kriege jetzt ein Eisen. Und dann habe ich Nuggets. Aber das können wir auf jeden Fall für später gebrauchen. Wenn wir zum Beispiel mal kurzzeitig unser Portal anzünden wollen. Das Beste, was wir machen können, und das möchte ich eigentlich machen, ist den Nether. Oder heute in der Challenge komplett skippen. Das bedeutet, ihr werdet sagen, was hier, das ist komplett dämlich. Aber wir können uns den heute das allererste Mal ersparen, weil wir einfach über Dörfer und das Abbauen eines Brewing Stands. Oder wenn wir zum Beispiel in einem Iglo einen Brewing Stand finden, können wir uns so die Blaze Rod zusammenfarmen. Ja, und Enderperlen, das wird kein Problem sein, sage ich. Weil Enderperlen können wir halt entweder Enderman, die uns über den Weg laufen, killen. Da vorne ist einfach noch Machendorf. Perfekt. Und dann gucken wir mal. Firecharges sind Blaze Powder. Ja, Firecharges kannst oder musst du mit Blaze Powder machen. Und die kannst du ja atraden bei Piglins. Das ist auch ein guter Call. Leute, und hier haben wir nochmal Redstone und ein Eisen. Richtig, richtig gut. True. In Rune Portals haben wir auch Firecharges teilweise. Ich würde einfach mal sagen, wir müssen einfach mal die Welt erkunden. Und dann werden wir das ja... Sehen. Sieben Eisen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das jetzt halt überhaupt groß brauchen werde. Aber schaden kann es ja nicht. Deswegen nehmen wir das mit. Wir sind einfach mal 14 Eisen to go. So, und genau. Das ist jetzt die Taktik. Ihr habt es ja mitbekommen. Das ist hier eine Kirche. Eine, ähm, Savannenkirche. Aber hier nehmen wir uns den Brewing Stand mit. Und haben unsere erste Blaze Road. Achtet mal drauf. Zack, Blaze Road. Wir waren nicht einmal im Nether. 19 Minuten ohne Nether. Ich habe eine Blaze Road. Das ist halt über nice. Ja, dann werden wir einfach mal ein bisschen weiter durch die Weltgeschichte travelen. Und mal gucken. Rune Portals. Weitere Dörfer sind sehr interessant für uns. Da ist ein Chestblade. Was passiert? Behalte ich die jetzt an? Es könnte vielleicht eine Ausnahme geben bei Rüstungsslots. Naja. Haben wir das auch herausgefunden? Oh mein Gott. Ihr habt recht. Das heißt, ein einzelner Magma Block ist in umgerechnet zwei Blaze Rots. Ja. Mal gucken, was wir unter Wasser so finden können. Da müssen wir uns auf jeden Fall beeilen. Dass wir den auch dann schnell abgebaut bekommen, den Magma Block. Ausprobieren kostet ja nichts. Aber ich glaube, wir müssten jetzt erstmal uns darum kummern, dass wir vielleicht den Kollegen töten. Und den müssen wir heute mal ausnahmsweise mit der Hand killen. Also, wir müssen ihn nicht mit der Hand killen, aber alles andere dauert halt, wenn vielleicht zu lange. Weil wir uns dann wieder neu craften müssen. Wir machen es ja mal schnell so. Ey, guck mal, das wäre cool, dass du jetzt was gedroppt, weil ich hätte es an sich schon mal verdient. Dann nochmal so. Oh, guck mal, Magma Block. Weil Magma Blöcke auch gar nicht so selten sind. Das habe ich hier vielleicht irgendwo einen... Ja, auf Magma Blöcken kann ich ja eh auch atmen. So, wir haben jetzt einen Magma Block. Mal gucken, was daraus wird. Bitte, komm. Wenn es funktioniert, Leute, dann ist es der Big, Big Jackpot. Magma Cream. Komm, ich mache schon in der Hoffnung nochmal mehr. Es wird funktionieren. Es muss funktionieren. Haben wir gleich Blaze Powder. Blaze Powder. Junge, wie gut. Einfach die Challenge zu unserem Vorteil machen. Das ist es. Wir haben es. So, was sagt mein Konto? Elf Blaze Rots. Das ist in Ordnung. Da sage ich nicht nein. Das passt. Reicht. Und jetzt brauchen wir nur noch Ender Pären. So wie wir gerade eben den einen Enderman gekillt haben, können wir es jetzt ja die ganze Zeit rein theoretisch machen. Das wird sich eventuell ein bisschen ziehen. Dadurch, dass die Blaze Rots jetzt schnell gingen, würde es glaube ich bei dem Enderman oder generell bei den Ender Perlen ein wenig anders sein. Ich werde es aber so machen. Sobald wir einfach eine Ender Perle haben, werden wir schon losziehen und den Stronghold suchen. Damit wir auch genau wissen, wie viele Perlen wir dann brauchen. Da vorne, ja, das ist halt fast schon optimal. Die anderen Monster sind natürlich da ein bisschen doof. Sehr gut. Ja, dann killen wir die jetzt einfach mal mit der Hand. Wir können uns auch meinetwegen schnell ein Schwert machen. So ist es jetzt nicht. Will es nicht so sein. Ach, Spinde. Du bist ein bisschen anstrengender. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt ein anderes Problem. Wo ist das Skelett? Hinter mir? WTF? Tiefseetaucher? Ich habe noch nie so oft gegen Skelette unter Wasser gefaltet, muss ich sagen. Oh nein. Wir müssen warten, bis Tag wird. Okay, das ist eine richtig blöde Situation, muss ich sagen. Oh mein, was ist denn da? Mann, ich werde die Endermen in Ruhe killen können. Aber Bruder, was ist das denn? So, die sterben. Aber da sind noch zufälligerweise ein paar viele Creeper und auch noch ein paar Unterwasserskelette. Wie kriegen wir das am besten hin? Ja, deswegen danke, dass ihr die für mich tötet, aber mir einfach nichts droppt. Ein Dreizack wäre halt so gut. Ja, aber kriegt man halt einfach so easy schnell einen Dreizack. Ein Wassereimer hat auch kein Crafting-Rezept. Ach, so meint ihr das? Ja, warte mal. Weil man den Wassereimer ja nicht direkt craften kann. Ihr habt recht. Von der Logik her sollte der ja da bleiben. Genauso auch wie ein Lava-Eimer. Und das könnte eine Waffe werden. Ne, ich glaube, ich würde es lieber so machen. Passt auf. Ähm, wir suchen entweder einen Lavasee. Ich würde sagen, wir müssen eigentlich in den Nether gehen. Trotzdem. Obwohl ich gesagt habe, jo, wir spielen doch der Minecraft durch, ohne in den Nether zu gehen. Wir werden heute auf die Nether-Festungen verzichten. Aber normal in den Nether gehen, denke ich mal, um in einen Warped Forest zu gehen. Ich will mich gerade beeilen mit dem, ähm, dass jetzt nicht meine Eimer wieder zurückgecraftet werden. Weil ich würde den Lava einmal eigentlich auch als Waffe benutzen. Alright. Damit können wir an sich eigentlich in den Nether gehen. Hoffen auf einen Moment. Ich habe noch Hunger. Ich habe ganz noch Hunger. Hoffen auf einen Warped Forest, um ein paar Endermen zu killen. Mit Boot und Hand. Oder mit Lava. Oder wie auch immer. Warped Forest. Natürlich. Ein Krimnen Forest. Ich meine, wir haben viel Gold. Und Piglins, wenn das erstmal auf dem Boden liegt, dann ist doch erstmal alles chillig. Und du switchst jetzt mal ganz schnell zwischen, yo, ich gebe dir Enderperlen. Und keinen Müll. Okay, das wäre ein Dank dir. Wenn ich diese Dinge abbaue, kann man die aus Netherwarzen craften? Ja, kann man. Ich kann so rein theoretisch Netherwarzen bekommen, ohne in einer Festung zu sein. Oder? Denkfehler. Nein. Richtig. Du kannst diese Blöcke zwar mit Netherwarzen craften im 3x3, aber du kannst die nicht endcraften, um Netherwarzen zu bekommen. Ja, wir haben Glowstone. Eisen. Äh. I guess. Er hat auch keinen Bock mehr. Enderperlen hast du mir auch nicht gegeben. Ich könnte ihn schön halt obby trappen, aber... Nein. Mein Eimer. Ich denke mal, Enderperlen werden da auf jeden Fall spätestens keine mehr sagen. Hätte ja klappen können. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach nur einen Enderman versuchen, in der Nacht mal zu töten. Macht Cleric, oder? Leute, also mit dem Cleric traden. Ja, mit dem Cleric traden. Also ja, ihr habt schon recht, ne? Ich würde das Holz hier an sich schon im Inventar behalten. Ja, könnten wir schon machen. Holz ist doch nervig. Lieber Clay. Clay craftet sich ja jetzt zu nichts zurück, oder? Wobei, Clay... Ah, du kriegst aus einem Clayblock keinen Clay. Dann machen wir das lieber bei Clay. Clay ist heute, ich glaube, die bessere Alternative als Holz. Jetzt bauen wir auch halbwegs schnell so ab. Ich denke, das sollte gehen, ja. Ähm, wir brauchen eben einmal einen Villager. Er hier bietet sich gerade perfekt an. Dann machen wir einmal unseren... Einmal unseren Crafting Table. Cobblestone wird überbewertet. Wir nehmen einfach direkt den Blackstone. Also, was wir jetzt machen. Watch this. Ja, komm, einer von denen wird's. Jawoll, Jungs. Ihr wisst, was ein guter Job ist, hm? Danke. So, das ist der Trade der Begierde. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, warte mal, wo sind meine Emeralds? Das ist der Way to go. Damit machen wir das. Mehr Clay farmen. Und dann irgendwann alles in einen Cleric reinballern. Also, die Klee-Klee-Taktik. Cleric-Klee-Rick-Klee-Taktik. Äh, ich muss nicht. Alles klar. Alright, lass uns Clay farmen. Alright, 17 Emeralds. Es geht voran mit ein bisschen Clay. Es ist halt ein bisschen langatmig. Aber wir haben halt den großen Vorteil, dass wir jetzt hier echt einen langen, langen Fluss haben. In dem schon direkt ein bisschen was los ist. Wir müssen ja auch zum Beispiel jetzt gar nicht 15 Ender-Augen holen oder so. Wenn wir jetzt erstmal nur 6 oder so holen, passt das auch erstmal, würde ich fast sagen. Dann gucken wir mal, wie viele wir einfach danach noch trainen müssen. Also erstmal hinlaufen, dann meinetwegen nochmal zurücklaufen. Ist ja auch nicht verkehrt. Oh, Junge. Okay, jetzt geht es aber auch gerade gut ab mit den Emeralds, muss man sagen. Also Clay-Trading. Guckt euch mal ganz kurz an. Wir haben über... Weißt du, wir haben fast einen Stack. Und mir kam es jetzt gar nicht so krass lang vor, wie wir hier gefarmt haben. So, moin moin, Kollege. Einmal das, bitte. Mal gucken, ob er direkt den Enderpern-Trading gibt. Alles wäre halt schon gut. Beziehungsweise schon wichtig. Wir haben das lange nicht mehr gemacht auf diese alte Oldschool-Artenweise. Komm, bitte, bitte. Okay, wir könnten uns auf jeden Fall schon mal Enderpern leisten. Wenn er welche gibt. Danke. Einfach großes Danke, dass du ein sehr netter Mensch bist und uns direkt zwei Enderpernen gibst. Das freut mich sehr. Deswegen könnten wir reinteoretisch schon nach einem Stronghold jetzt suchen. Aber ich glaube, ich werde jetzt immer noch die weiteren Flüsse noch ein bisschen weiter auskratzen, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Enderpernen holen. Und dann suchen wir uns erstmal den Stronghold. Und aus dem Stronghold wissen wir dann genauer, wie viele Augen wir dann noch brauchen, dass ich jetzt halt nicht aus Versehen viel zu viel ranhole. Ja, die Taktik funktioniert eigentlich ganz gut. Hand. Play. Ja. Amazing. That's it. Basically. Mehr ist es nicht. Enderpernen können aber auch erstmal gestoppt werden. Jetzt haben wir sechs Stück erstmal. Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, lasst uns halt einfach mal zum ersten Stronghold einfach mal eine Perle werfen. Wir werden dann früher oder später hier nochmal zurücklaufen. Aber einfach mal auschecken, wo das Ganze wäre. Und vielleicht finden wir auf dem Weg noch mehr Clay und oder Schnee. Und den werden wir dann auch abfarmen. Es geht in Richtung Norden. Nicht kaputt gehen. Boah, ich hoffe, dass einfach im Stronghold schon vielleicht ein bisschen was steckt. Weil ich glaube, wir können hier auch wieder dick, dick Clay farmen. Also mit Clay war das auf jeden Fall die bessere Idee, als mit einem Holz. Also mit Fletcher hätte es echt zu lange gedauert. Äh, ja, lass uns nochmal eine Enderuhr werfen. Ja, Überraschung. Weiter Richtung Norden, Norden. Hey, was soll denn das? Wow, zwei geworfen, zwei kaputt. Danke, Minecraft. Dankeschön. Es geht zurück. Das ist, äh, interessant. Weil da vorne ist er nämlich schon Stronghold. Das heißt, Freunde, wir haben den Stronghold gefunden. Wir haben auf jeden Fall noch nicht genügend Enderaugen und auch noch nicht genügend Sachen. Weil mit so einem Inventar, äh, ja, ist es schon ein bisschen schwierig, den Drachen zu töten. Ähm, generell muss ich gucken, wie ich das machen werde, wenn er dann in die Mitte percht. Und nicht sozusagen in den Schwertkampf melee oder wie auch immer gehen kann. Also dann kann ich ja, also dann muss ich ja jedes Mal ein neues Schwert craften. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube, hä? Ja, aber auf jeden Fall ein heftiges. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich noch lebe. Aber wir haben es geschafft. Vielleicht sollten wir einen anderen Eingang nehmen. Der Traum ist unter uns hier. Der ist jetzt hier unter. Also keine Ahnung, wie ich den gefunden habe. Aber, ja, wir haben ihn. Ich habe nur den Silberfisch gehört. Okay, wie viele Enderaugen brauchen wir? Elf. Müssen wir noch mal ein bisschen Clay fahren. Das heißt, wir brauchen noch einmal sieben weitere Enderperlen. Aber auch sowieso noch Schneewetter. Ist denn hier ein bisschen Clay für mich über? Hallo, ich brauche noch was. Acht Stück. Okay, wir brauchen noch drei. Also wir könnten rein theoretisch, das habt ihr auch eh schon vorhin vorgeschlagen, mit einem Farmer das Ganze machen. Ich glaube, Weizen-Trade sollte eigentlich ganz gut aufgehen. So, du bist ein Farmer, das ist gut. Aber ich möchte ganz gerne, dass du Weizen. Danke. Danke. Dann können wir nochmal die drei restlichen Enderperlen kaufen. Zack, elf Stück dabei. Und jetzt ist halt die Frage, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen. Essen haben wir an sich genug. Ein super komplett chaotisches Inventar haben wir auch. Jetzt ist halt die Frage, okay, yo, wir brauchen eigentlich Schnee. Ich glaube, da drüben beim Stronghold war ja, glaube ich, eine Taiga. Vielleicht ist ja dort irgendwo nochmal Schnee. So, und es geht auf die Suche nach irgendwie Schnee. Nach irgendwas, womit wir die Türme kaputt machen können, die Kristalle. Also wir kommen ins End rein, aber mit dem Stuff werden wir uns keinen Gefallen tun. Das wird echt sonst problematisch. Dort oben, ne? Yes, da ist es. Schnee. Sehr gut. Auf geht's. Dann gehen wir mal da hoch, ha? Alright, passt. Done. Aber das Gute ist ja jetzt an der Stelle, dass wir keine Duability-Probleme haben werden. Und die Schneebälle, die sollten ja jetzt in unserem Inventar eigentlich, wenn ich jetzt mal logisch denke, die sollten ja eigentlich dort so bleiben. Wir müssen halt nur gucken, dass wir genügend auch mitnehmen. Also, es fühlt sich, muss ich mal so sagen, sehr, sehr weird an. Mit so einem Equipment ins End gehen zu wollen. Also, nicht, dass es damit nicht möglich wäre. Ansonsten würde ich das jetzt nicht auf diese Art und Weise probieren. Aber, es fühlt sich schon trotzdem sehr merkwürdig an. Aber wir haben es schon mal auf jeden Fall so weit geschafft, dass wir das Ding hier aktiviert bekommen. Wir haben keine richtige Waffe. Äh, die werden wir uns dann ab und zu immer wieder craften. Joa, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ist das Lowe mit diesen fünf Beeren, so einer Karotte und so ein bisschen Weizen. Aber wir können uns auf jeden Fall ein bisschen was machen. Dementsprechend hoffe ich, dass ich das mit den Schneebellen ganz gut hinbekomme. Ich habe das lange nicht gemacht mit Schneebellen und teilweise sind die echt ziemlich hoch. Ähm, ja. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns probieren, Minecraft durchzuspielen. Ich drücke mir selber die Daumen. Hilfe, was tue ich? Oh mein Gott, es gibt kein Zurück mehr. Oh Mann, alle... Oh Gott. Okay, allein das hier wird ein Krampf. Allein... Äh... Oh Gott, ich muss hier raus. Na dann. Ja mal bitte nicht runterfallen. Das wäre cool. Gehen die Dinger denn überhaupt mit Schneebellen kaputt? Das hatten wir teilweise auf manchen Servern. Es geht. Alright, sehr gut. Hoffen wir, dass die Schneebellen reichen. Ich darf jetzt nicht irgendwie gefühlt zehn Stück immer an einem verwerfen. Weil die fliegen halt schon nochmal deutlich anders. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Drache. Du denkst dir heute auch mal wieder... Was die... Was machst du für eine kranke Sache? Oh Gott. Ich nehme mal zur Absicherung, dann müsste ich meinen Kürbis absetzen, Leute. Passt, komm. Let's go. Ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, ich müsste alle getroffen haben. Ähm... Was gut ist. Das sind hier die Crafting Tables, die ich schon mal aufstelle für meine ganzen Schwerter, die ich gleich craften werde. Nein, noch nicht. Welcher fehlt denn? Ah, der. Okay. Aber das sollte klar gehen. Gleich. So, Pudi. Wenn du jetzt perchtst... Ich bin ready. Schaden. Ein bisschen Schaden. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Mit der Hand. Ist mir egal. Ich glaube, es ist schlau, mit der Hand es zu machen. Oder? Bro! Ganz ehrlich, ich habe noch Gefühl... Ich habe das Gefühl noch nie mit der Hand geschlagen. Meine Hand macht voll viel Schaden. Also, ich habe irgendwie gedacht, dass es... Also, weniger ist. Ja, okay. Das war effizient genutzte Zeit. Mehr war nicht drin. Drop die Schwerter. Ja, true. Komm, Bro. Komm. Wir verstehen uns doch. Wir sind doch gute Kumpels. Komm mal runter. Wir. Ich muss... Kannst du keinem erzählen? Ich kann es nicht mehr aufheben. Ich kann es nicht aufheben. Wo ist es? Es funktioniert nicht. Ach, mit Weizen. Den Drachen töten. Egal. Ja, ja. Geht schon. Hälfte. 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 Hier, nimm meinen scharfen Feuerstein. Okay. Sorry, Mister. Kann mir jetzt mal erklären, was das hier jetzt ist? Ach, jetzt... Jetzt geht ihr in mein Inventar, oder was? Aber wenn der Drache da ist, dann habt ihr Angst, ne? Ja. Wir nehmen aber den Feuerstein. Weil irgendwie, wenn der Drache hier ist, kann man keine Items in der Nähe aufheben. Hier kann ich auch Spam. Es war gar keinen Unterschied. Guck mal oben auf die Leiste. Oh, jetzt habe ich eins. Let's go. Ja. Ja, 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 ja. Let's go. First try. Toll. Freunde. Gar kein Problem. Irgendwas war das für ein geiler Kampf. Haben wir gerade den Drachen zu über 50% mit Weizen und einem Flint gekillt? Ja. Okay. Also, da habe ich wohl die anderen Male davor mal was falsch gemacht, dass es halt so irgendwie viel einfacher ging. Leute, holy shit, was eine nice Challenge. Es hat voll, also es hat richtig viel Spaß gemacht, überhaupt blind in so eine Challenge reinzustarten. Ich habe ja überhaupt keine Möglichkeit gehabt, mir vorher, also vorher Gedanken dazu zu machen, weil ich wirklich gar nicht wusste, worum es ging. Und das war das Coole. Man hat halt irgendwie während des Verlaufes der Challenge gemeinsam das Ganze erkundet, herausgefunden, wie könnte man das machen, wie macht man das. Und das hat insgesamt halt super viel Spaß gemacht. Und das ist genau das, was ich glaube häufiger machen möchte. Dass ich vielleicht mich ab und zu mal häufiger überraschen lasse, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bereitung da. Abonniert sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und ciao, ciao.